Ich finde, wir sollten mal als Team fahren und diesen Clowns zeigen, wo der Hammer hängt. Wie wär's mit etwas Team-Action? Hast du Lust? Wir sehen uns auf der Strecke. Eine Menge. Die KC. Sie sehen uns auf der Strecke. Sie sehen uns bei den ESoft-Action. Sie sehen uns, dass sie mit dem PlayStation auf die Erne beobachten. Bis zum einen dritten Satz. Sie sehen uns bei der Strecke. Das war's für heute. Ich bin glücklich. Okay, alles klar? Du lässt mich halt aussehen. 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 Ich habe jede Menge Lackierungen für dich. Glückwunsch zum Sieg im letzten Event. Weiter so. Du lässt mich halt aussehen. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh man! Vielleicht bist du zu gut. Vielleicht. Ich habe mich halt aussehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, super Leistung! Hey Kai, das war eine fantastische Leistung! Kannst du diese Zeit unterbieten? Hm? Hm? Hey, hey! 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 Hey Kai, konzentrier dich. Jaspers, time to! Das war's für heute. Immer ruhig und konstant. Das sieht nicht gut aus. Ich bin raus. Du liegst weit vor mir. Ich bin draußen. 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 Willkommen im Dschungel. Diese Strecke liegt mir. Die 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 Strecke liegt mir.